Ich war ein bisschen draußen, ich habe während den letzten eineinhalb Stunden noch mit meinem Chef gesprochen und es war nicht so schön, weil die heute in der Schule, wo der Erste-Hilfe-Kurs stattfand, mussten die Erste-Hilfe-Ausbilder tatsächlich eine Schülerin wiederbeleben. Oh shit. Oh shit, ja und ich bin so happy, dass ich nicht an dieser Schule war, weil das war eigentlich auch eine, wo ich öfter hin bin und ich hatte jetzt aber keine Zeit und als ich mich dafür melden wollte, waren schon zwei andere eingetragen, sonst wäre ich da nämlich heute gewesen und ich bin sehr froh, dass es die anderen beiden waren, weil die damit viel routinierter sind als ich mit so Sachen und das wirklich Entsetzliche daran ist, dass an dieser Schule natürlich auch medizinische Fachangestellte ausgebildet werden und das aber auch von Ärzten und dass die Ärzte alle nicht helfen. Und erst die Erste-Hilfe-Ausbilder helfen konnten, ja. Hä? Das ist ein richtiges Armutszeugnis. Jeder Arzt muss doch nicht nur eine Erste-Hilfe-Ausbildung machen, sondern wirklich eine Erste-Hilfe-Kurs, also wirklich Erste-Hilfe-Können. Der muss ja mal machen, aber dann halt 30 Jahre als Hausarzt eben nicht mehr und genau das ist das Problem. Okay, meine Mutter war Augenärztin und hat immer, wenn irgendwo ein Unverwaltiger hat, lass mich durch, ich bin Arzt, ich helfe. Ja, da hat deine Mutter wahrscheinlich auch Notfall-Trainings und alles in Anspruch genommen, die kann man aber, die muss man als Arzt-Hilfe-Können buchen. Ja, aber dann hat sie sich halt schlau gemacht, das ist tatsächlich keine Verpflichtung in Deutschland, dass du dich da drum kümmerst. Sie hat sogar mal jemanden versucht wiederzubeleben, der beim Schwimmen in einem See einen Herzinfarkt hatte und wahrscheinlich daran gestorben ist. Weil es halt einfach viel zu lange gedauert hat, war mitten im See, wir haben zwar dann mit einem Ruderboot, sind wir rausgerudert, haben die Person, leider eine relativ schwere Person, noch ins Boot gehievt, wieder an Land gerudert, Notarzt verständigt. Aber bis der da war, waren halt sozusagen vom Infarkt, bis der da war, waren irgendwie 20, 25 Minuten durch. Obwohl sie konstant in Wiederbelebungsmaßnahme war, hat das nicht gereicht. Also der Notarzt kam, hat dann noch irgendwie zwei Minuten probiert und hat gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Ja, das ist wie gesagt, das ist ehrenwert für deine Mutter. Jetzt heute standen da wohl fünf, also die haben fünf Ärzte aus verschiedenen Klassen gerufen und keiner von denen hat irgendwie gewusst, was er machen soll. Dann haben sie die EH-Ausbilder halt geholt, die zufällig gerade passend in dieser Schule waren. Und die Schülerin ist dann halt 16 Jahre alt, denen quasi endgültig kollabiert und dann haben die mit der Wiederbelebung angefangen. Die eine hat gemeint, sie hat dem einen Arzt wohl noch gesagt, er soll jetzt die 112 rufen. Daraufhin wollte der ins Sekretariat rennen, um die Telefonnummer zu rufen, als ob das nicht mit dem Handy ging. Also völlig durcheinander, die Leute völlig überfordert und sowas. Und die haben dann zu zweit, haben sie die wiederbelebt und die hat es jetzt tatsächlich sogar geschafft, ist ins Krankenhaus und ist am Leben. Sehr gut. Aber ich bin gerade so ein bisschen so, oh Gott, weil ich hätte halt an dem Tag auch da sein können und ich habe ja noch nie eine Reha gemacht. Und ich bin auch sehr happy, dass ich das noch nicht machen musste. Was mache ich jetzt mit einer schlafenden Lumi? Die schlafende Lumi kommt gleich. Jetzt hatten die so ein Inventar, kann ich dir was klauen? Nein, kannst du nicht. Erstmal Hallo Sift und Hallo Schäfchen und Entschuldigung. Warum hast du denn so zwei Steinspitzhacken im Inventar? Keine Ahnung. Du hast auch Wände und Fundamente und alles im Inventar und Strohdächer. Ich glaube, ich habe das alles im Inventar, weil ich die... Komm mit, ich schleppe dich in meine Höhle. So. Was machst du mit meinem schlafenden Körper? Hinlegen, Basis 1 Bett. Oh nee, habe ich mich jetzt hingelegt? Das wollte ich nicht. Oder habe ich Lumi hingelegt? Lumi, du liegst es unterm Bett. Ebenfalls habe ich das letzte Mal doch diese eine Truhe geöffnet. Ja. Da war der Kram drin. Ich starte jetzt arg, ich fähre da gleich. Stimmt, wir hatten nur noch Felix seine Corvette. Gut, dass Felix noch nicht da ist. Ich bin dafür, dass wir heute... Moment. Triceratops-Zähm? Genau. Besuchen. Dass wir heute alles vorbereiten dafür, dass wir nächste Woche erkunden können. Können wir gerne machen. Ich wollte eigentlich das Leder kriegen von Viechern ein bisschen hochstellen, damit wir uns Lederrüstung und alles machen können. Damit wir mehr Sachen... Cheaten? Ne, dass es ein bisschen schneller geht. Weil wir echt viel Leder brauchen. Hallo Felix! Das dauert einfach eine Weile. Hallo Felix von der Arbeit. Ja, wahrscheinlich macht er gerade Pause oder so. Wir vermissen dich. Felix, wir töten deine Corvette. Ist okay, oder? Wir brauchen Leder. Nein. Nicht? Nicht okay? Wieso ist das nicht okay? Der verliert nur Teile, kein Leder? Woher weißt du denn das? Warum soll er kein Leder verlieren? Das ist immer noch keine Lade, gell? Das wäre sehr schlau von mir. Und das ist es auch. Bin ich ein schlauer? Ach so, verliert nur Teile, kein Leder ist ein Auto. Oh wow Felix, den habe ich nicht verstanden, sorry. Den habe ich echt nicht verstanden. Der andere, der gerade vorstellt, du hast übrigens jetzt echt so ein bisschen Emo. Emo-Friese, meine Liebe. Ich habe eine nicht geschnittene Langhaarfrisur. Ja, aber du hängt das auch voll in die Augen und alles. Das nennt sich sexy. Das hat mit Emo nicht viel zu tun. Ich habe aber nicht gedacht, dass ich Emos nicht sexy finde. Stimmt, ich finde Emos in der Regel nicht so sexy. Männliche Emos finde ich auch nicht so geil, aber weibliche Emos? Ja, gut. Schon irgendwie. Uh, Steinpfeil, Fallschirme, Betäubungspfeile und ein Fernrohr ist hier drin. Das ist ja cool. Fancy Shit. Juh, damit kann man jetzt wirklich in die Fernrohr gucken wahrscheinlich. Das wollte ich eh noch bauen, aber ich habe noch keine Kristalle dafür. Moment, gucke ich mal kurz, wie das funktioniert hier. Die Band steht auf Lolligoth. Ja. Keine Wichtigung. Wow, das ist aber wirklich nah dran. Da hinten ist Lumi, wir sehen sie. Ben hat, glaube ich, ein paar Stunden arg gespielt, bevor wir... Ja, ich habe unter 20 aber gespielt. Ich hatte irgendwie, ich glaube, 15 oder zwischen 15 und 18 oder sowas hatte ich vorher schon. Und Ben ist ganz arg schlimm mit Spoilern. Schreib ihm nichts. Das heißt denn hier, Ben ist ganz arg schlimm mit Spoilern. Hast du nicht auch letztens einen Stream gemacht mit bloß keine Fragen beantworten, auch wenn ich das stelle? Das war aber Dark Souls und nicht, nicht... Aber arg wäre es okay, wenn man dir ständig sagt, wie man optimal spielt oder was. Eher als bei Dark Souls. Da springst du den Lumi lang. Mir ist schlecht. Die, was? Dir ist schlecht? Ich glaube, ich habe zu viel Kuchen gekalzt. Wie, bei dir gab es heute Kuchen? Ich habe einen Foodsharing, ja. Apfel, Nuss. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es genau gesehen, wie sie hierhin gepupst hat. Habe ich gar nicht. Doch, ich habe es richtig schön so mit dem Popo nach hinten gezuckt und dann fiel da was runter. Und lass eine Frau tun, was eine Frau tun muss. Magst du dir Nussvollkorn kuchen? Nussvollkornkuchen ist auf jeden Fall... Moment, Vollkorn? Wo ist denn da Vollkorn in dem Kuchen? Das liegt daran, wenn man bei einem Bio-Supermarkt abholt, dann kriegt man Kuchen, der so tut, als ob er gesund sei. Mit Vollkorn. Vollkornkuchen. Also, Triceratops gibt es auf jeden Fall jede Menge. Du wolltest den grünen da vorne haben, oder was? Ich meine, die dabei hübsch. Aber ich würde mir eigentlich lieber am Tag einen aussuchen. Ich finde, das ist das Feuerlicht verfälscht. Und Pola mal den anderen hier. Er läuft jetzt gerade frei hier rum. Bin auf dem Weg. Ah, da suche unsere Parasaurus neben dir jetzt. Ja, entscheide ich. Hast du? Jo. Oh, das ist vielleicht so schlecht. Nee, nee. Oder einer leuchten. Nee, nee. Peeks ruhig. Oh, der ist schon tot. Guck mal. Das ging schnell. Richtig. Und er hat 17 Leder gegeben. Ne, viel ist er auch aus, ja. Mal direkt den Paarer nochmal. Jo. Ich habe nicht mal eine Bola verloren für die Aktion. Ist ja gut. Wenn du übrigens mitmaskest, glaube ich, mehr Erfahrung. Ich bin vielleicht so mit. Oh, gut. Das gab 23 Leder. Das war ordentlich. Ich habe auch einen 3. Ratsupp. Ich will mir erst einen Aufzug, den ich haben will. Bei dem habe ich eine Bola verloren, dummerweise. Dramatio. Bis zum nächsten Mal.